Hey yo, MW2. Heute mit ner bisschen Spezialfolge kann man schon fast sagen. Minimalst. Oh nein, ich seh schon. Okay, immerhin haben sie Kevin nicht bekommen. Heute eine Map, die wir sonst nie spielen, zur 50. Episode. Ach geil. Genau, war ein bisschen eine größere Map. Wir spielen 3 gegen 3 mit den üblichen... Wieso hat Robin... Drei Mann, das sind drei Mann. Wieso hat Robin wieder so'n blödes... Oh mein Gott, Alter. Nicht, mhm, Naden. Krankenschön. So, mit wem spielen wir denn überhaupt? Ich spiele mit dem Robin und mit dem Geto. Erstmal ne Flash in die Gesicht werfen. Dappelmife. Dann gucken wir noch kurz den Killern und dann fangen wir noch mal von vorne an. Robin, Robin hörst du mich? Dönermesserspieler. Ne, er hat mich immer nicht. So, und im Gegnerteam haben wir Donny Xenron und den Kevin. Ey, was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Kannst du Auto zuweisen belegen? Läuft doch nicht zu, als hättest du 20 Flaschen haben. Falleneingaben. Easy ab, stopp, easy ab. Okay, ne, war meins. Warte! Er hat doch gesagt, dass er snipen wird. Nö, das geile ist, ich hab halt nicht mehr Ahnung am Anhalten belegen. Ich darfst den Filz einfach bei mir noch, ich hab keine. Ah, da steht doch einer. Ach, Gott. Naja, hast du angeguckt? Ja, aber zu spät gemerkt, dass es so ist. Xenron, ich glaube an dich. Er war beim Halleneingang vor einer dunklen Box. Xenron, du aufspieße, ich glaube an dich. Und Anlage, du aufspieße, ich glaube an dich. Ja, beide aufspieße. Xenron bitte tötet. Das ist mein Sinn. Könnte irgendwie, ich hab so ein Gefühl, könnte eine intense Folge werden heute. Mhm. Ja, vor allem wegen meinem Geschrei, ich bin echt ein Mann. Eins gegen zwei. Mal gucken, die Gegner werden sich wahrscheinlich High-Ground suchen, damit sie... Hör auf, so zur Überdenkung, als wärst du ein Fußball-Moderator. Bruder, wie schnell ist der? Der andere hätte dich eh danach getötet. Ja, ich weiß, der kam da auch noch, aber... Xenron, ich bin so stolz auf dich. Jaaa... Xenron, dafür bekommst du keine Kugel in dieser Runde. Ah... Wenn ich wieder von Robin gesnippt wär, ich schwöre. Vor allem, er hat One-Shotted mit der Sniper und ich nicht. Mit Glück hab ich irgendeine Ahnung von der Map, Hust, Hust nicht. Robin... Mit Ahnung, Junge. Mit Ahnung, Junge. Ich hab auch Rät an den Rücken getroffen, aber sein Rückgrat wurde nicht gebrochen. Da haben wir doch einen gesehen. Dankeschön. Ich danke dir. Hier. Da war noch ein Gegner im Schiff spawn. Ja, warum wohl? Nee, das hast du im Schiff spawnen. Nee, das hat sich angehört mit der Schussgeschwindigkeit und alles, also würde ich da Autosniper spielen. Das ist eine Art CR gewesen. Also ein Sturmgewehr. Also basically das nicht. Beim Olympia Team. Nein, keine Sniper. Seit wann ist ein Sturmgewehr ein Sniper? Nein, du hast einen Achter-Scope dann. Schmutz. Ich hab keine Muni mehr. Ich schütze mich einfach so nach hinten ab. Wir wollen, wenn wir einen Dachfach-Scope geben. Warte. Junge, Kevin, Alter. Du wolltest doch wirklich nicht drauf gehen. Erst sprichst du denn schon. Erst sprichst du denn noch einen Snapper-Schuss und dann... Ja, wunderschön. Ja, wunderschön. Richtig so die Augen zu gehalten. Oh nein. Ich? Ja. Nein. Ah, ne Scheiße, du bist nicht bei mir im Team. Äh, Kevin. Ich glaub jetzt schepperts alle. Sorry. Einer rennt drüber. Ne, sehr schön. Ich bin toll. Einer Snapper hinten bei denen am Sporn. Lop. Ja, ja. Xenron heißt mich gesehen. Hates mich linksen. Müsst mich da oben auf der Vordergrund stehen. Ah, drückes Phobik. Reto hinten beim Strommast. Äh, ne, beim Sido. Sorry. Okay, nicht mal mehr. LIE! Mh, 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 mh. Dankeschön. Ja, fuck. Der spielt halt die EMR. Ja, Reto ist halt ein bisschen behindert, er dikt ihn halt nicht. Mh, 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 mh. Oh, wir haben zwei keinen heißkalt. Wahrscheinlich ne neue Klasse. Habe ich heißkalt? Ich hab heißkalt. Alter, sind das die anderen beiden. Ah, nein, nicht. Oh, scheiße, sorry. Oh, fuck. Leo, wie lange hält denn eigentlich die Drohne an? Mann, ey! Ich hab, äh, ich kann nicht die Affen anhalten. Der kommt jetzt doch von hinten, der, doch. Oh, Bixer. Hast du, äh, ist bei dir auch noch umgelegt, Reto? Ja! Ja, ja, wie bei mir auch. Steuerung, Aktion. Wuhu! Mann. Ich hab mir jetzt noch einen. Hast du mir das Ziel für dich halten? Nö, weißt du, wo ich bin? Äh, Atemanhalten heißt das? Oh, sollte ich wissen, wo du bist? Was sollst du wissen, das? Wir wurden, ich wollte gerade mit Granaten berufen. Achso. Oh, oh, oh. Da. Ja, super. Wow. Oh! Wow. Wow. Wenn du dann jetzt da so ja weißt, wo er ist, kannst du ja hinterher laufen und lifen. Wo ist er? Wo ist er? Bez徐ri,. Joa Bohr-Dummel enten. Wird auch nicht kurzen. Es wird ungesund. Also Xenro wird eh irgendwo rumrennlich. Boah, jo. Wird Xenro und das irgendwie eben nicht gesehen hast? Nee, 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 pass, 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 pass. Nein, zu mich? Ah! Richtiger Horrorfilm hier. Keine Ahnung, wo der war. Keine Ahnung. Xenro und was war das am Ende? Ah, in der Halle. Liegt, Alter. Alter, genau so Aim-Aim-Leuten-Kill-Cams mit Controller, sagst du. Hm. Gar nicht. Meine Frage, explodiert das Auto, wenn ich's anschiesse? Ja. Kannst du's ja mal testen. Es macht gleich Boom. Explodier jetzt, Alter. Hallo. Wow. Ja. Ja. Naja, der andere ist schon... Alter, ja. Okay, in der Gemeinde. Die Rennen ist irgendwo nur noch rum. Äh, das könnte jetzt schwierig werden, ne? Ja. Viel Spaß. Hä, hinterbunst du. Wir haben den Sporn noch. Au. Ich wollte dich messern, du Arsch. Da hast du den Messer-Hit nicht gehört. Ich hab da... Betrug. Warum denn Betrug? Hallo? Ja, genau da. Achso, ich hätte schützen müssen. Ich dachte, ich muss der Fuhr... Nein. Ah, immer noch verwirrt. Ah. Xenron. 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 Xenron ist einfach die Maschine. Ne. Er ist das Excalibur eigentlich und nicht der Aufspieße. Das Excalibur. Das Excalibur. Das Excalibur. Das Excalibur. Das ist meine Leiche. Das ist Kevins. Hä, das ist Kevins. Achso. Der Kevins. Ey, Kevins. Ich bin der Aufspießer. Ja, Kevin ist da gestanden. Ich bin da gekillt. Why? Ich spieße nämlich auch mit der Frustfilter auf. Der ist der Impaler. Why he dead? Why Kev dead? Komm jetzt Nate und kill. Mein Ei, mein Ei! Warum guckst du wieder in deine Richtung? Der war unterm Zug bei der Mitte. Ich bin da reingelaufen, weil ich jemand anderen gesehen hatte, der mit Sniper unterwegs war. Au... Näh ! Ich bin chartausser zum Aufprall ganz recibt den Cottage geraten. Lass mich komplettlica Senna, um zu rennen. Ah! Ich kam nicht lang puppies! adults-ange problems. Na komm Ei Topicboy! Keiner der FC wahrscheinlich. Ja! Jaaah! Nei... Hier! E-Epic Victory. wer jetzt was was ah das kann noch meine Fresse das war das, der Spieltisch Löw, ich habe übrigens den Kampf zwischen mich beiden geguckt, ich war oben im Haus und hab so runter geguckt und wollte fast Kevin umbringen und ich wollte nicht sagen weil ich den Namen Take me Was wird denn da jetzt so rumgeschmutzt? Was? Wird denn da jetzt so rumgeschmutzt? Das ist meine Nachdenke Art Woran musst denn du denken? Wohin ich gucke, damit ich nicht gemessert werde vielleicht? Noch ganz hinten bei sich keine Ahnung wo der hingerannt ist Ich muss gucken, damit sie mich nicht messert Das muss ich nachdenken Und wo Positionen sind, wo ich nicht leicht gemessert werden könnte Was? Einfall und verlorene Hoffnung, wie sagst du? Rausch Guck dir an, wie Guckt dir es an, wie er es bespielt Er messert einen da oben und dann liegt er einfach im nächsten Raum sich hin So, hä? Wie, wat? Wie ich Robin zugeschaut habe, wie er versucht hat mein Mate zu enttarn Nein Oh schade, ich dachte das wäre so ein ganzes Schauerei Warte mal, wer hat wen versucht zu enttarn? Keine Ahnung Keine Ahnung Weil ich habe gesehen, dass er oben war und ich habe ihm einfach zugeschaut Ich habe keine Ahnung, wenn man sich hier versteckt Ich habe keine Ahnung, wenn man sich hier versteckt Maybe? Jaja, da, maybe, ja, das ist gut Mhm Oh Kurbel Du hast ihn gesehen? Was? Ecke Nein, Redo Die sind... Ich kann doch nicht hinten hier Die sind so dunkel, du siehst sie einfach nicht Ich habe ihn auch nicht gesehen Er hat einfach geschossen Moment Kevin, ist die Shotgun deine Zweitwaffe? Ja Dann hast du wohl einen großen Rucksack Ja Senron schön verteidigen, ne? Es gibt auch solche Sachen, die nennen sich Weapon Straps damit man es einfach umhängen kann, die Waffe Danke Oh Danke Fuck Ich habe den Reto angeschossen und er ist auf mich zugelaufen und da habe ich noch einen Typen gesehen, die genau fast gleich aussahen und ich dachte... Ah! Das wäre... Das wäre... Das wäre... Das wäre... Das wäre ein... Entschuldigung, Kevin Mhm 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 Ich habe nämlich Reto gesehen, wie er reingelaufen ist, wurde hinterher, wurde neifen Das war nicht geplant, Kevin Ich habe den Namen zu vergeben Ja, das ist okay Ich werde dir nur halt niemals vergeben Sicher so in 50 Jahren, Kevin In... In... Ich kenn Kevin gar nicht mehr, da kommt nur in anonymen Anruf Enklar nicht, dass ich vergessen habe, dass du mich mal abgeschossen hast Ja Ja Nee, in 50 Jahren erschieße ich dich dann So, denkst du so... Ha, Rache Mach das nie wieder, Bitch Ich will aufpassen, Kevin kommt noch in die Schweiz Ach du Scheiße, Lück, ich habe seine Füße unter dem Auto anlaufen sehen, als ich bumme anfangen wollte Ohohoho Aber siehst du uns? Wie schnell ich auch angerannt haben, Junge Kevin ist so richtig Meme When you kill him in a video game, but he kills you in real life Ha, got him Ja Gott, die Meme-Bongos hier wieder am Start Dürfen wir nicht, das ist eine Kultur Bombe wäre auch schön, wenn man... Explodiert der Gast? Dank eigentlich, wenn man den... Nee, der tut nur so Echt? Das ist Fake Oh, das macht Bum Oh, so richtig, ganz großes Bum Oben in der Halle schon drin Äh, A, B B Ich dachte, ich habe die Bombe ausgenommen Nö, ne, ne, ich habe sie Der noch in der Halle Der noch in der Halle ist Der noch in der Halle ist Der noch in der Halle ist Was für Magie? Bin ich blind? Ich kann nicht sehen, ich bin legally blind Ich bin legally blind Hinterm... äh... Hinten beim Ding Er ist durchgelaufen Wo? Yes Ich will mich mal wieder umdrehen Ab und zu mal kurz ein Xenron-Check machen Ich weiss, dass du gerade Xenron getötet hast, aber... Umdrehen Was mache ich umdrehen? Umdrehen UAV online Du hast da was gehört? Oh Eins von dir hinter dir Sehr geil Warum sprichst du immer noch da rein? Ich dachte, der wäre da Du siehst ihn wohl nicht Ist er so bekannt? Könnte wieder überall sein Könnte in der Halle sein Könnte rechts von der Halle sein Nö, ja... So... Der muss sich halt irgendwo dann verstecken Weil... Ja... Oh, ja... Nevermind Das Ding ist halt Du könntest es actually durchdiffusen Hast du es gemacht? Äh... Du konntest es durchdiffusen, weil ich es selber... Nee, ich bin nicht fälscht geworden Achso... Ja, dann rip Ja, geil Das war so eine richtig geile CSGO-Taktik Ne Flash werfen und sie einfach wegdrehen Und hoffen, dass nichts passiert Ja... Das kleine CSGO-1x1 Ja... Wow... Oh... Die drücken gescht Man... Nice... Kann ich am Feuer am Gasland sterben? Äh... Halle Mitte Alter... Leck du zum Arsch Das ist dir erschreckt, ey Einer war gerade da Hat er mich doch gesehen Und einer kommt zu dir hoch Das sieht immer so geil aus Du guckst Ah, der hat mich doch gesehen Da kommt der nochmal Jawoll! Schön! Ich bin dir seit du A gewesen warst hinterher gelaufen Schön, dass ich... Reto, ich hab gehört, dass du gesagt hast Einer kommt dir hinterher hoch Und ich denk mir Okay, nö Und wir sind auch hinterher gesprungen Nö, kein Bock mehr Und da kam er nicht hinterher Ja, scheiß gelaufen Nö, nö Nach dem Motto Bruder muss los Geht nicht Ich lass jetzt jede Runde diesen Tank explodieren Okay, genug Ist Robin immer noch am snipen? Nö, du bekommst keine Entdeckung Ich hätte es nur gemacht werden Nö, in so hohem Skill bin ich dann aufgekommen Ja, lück, dich doch einfach erst blind Noch einer, der ist jetzt bei A Und beide sind bei A No ein Tessas hat literally A und Spot ist wahrscheinlich in die Halle, geht da jetzt hinten rum, geht dann Richtung B hat sich jetzt wieder umgedreht, geht jetzt vielleicht doch wieder A planten ist doch hinten durchgelaufen geht über die Mitte, geht jetzt wieder A der zweite war noch um in der Halle wenn du wüsstest, ich bin A gelaufen, bin rausgelaufen, wollte zu B gehen, dachte mir, nee, ich gehe ins Haus dann bin ich ins Haus gegangen, habe ich eine Treppe gesehen und dachte mir, oh, ich bin da hoch hochgegangen, habe ein bisschen, oh, da ist ein großer Raum, bin da reingegangen dann habe ich Robin das Beine gesehen und dachte mir, hm, ich warte hier Aruti, du bist doch Dreck Dann kommen wir überrennen nächstes Mal wieder Ah, mit was, Alter? Mit bisschen Schnee an der Finger? Jo Schnee Finger Comedy Komödie Ich hab daneben geschossen, einer kam die Treppe runter, ist wieder hochgerannt Truck, hier hinten Aufredungsruhne Comedy Gold Komödie Gold Hä? 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 Hattest du da gerade irgendwie ein Brain Lag? Du wurdest gemessert? Eine halbe Sekunde später Ich wurde noch nicht gemessert, ich habe das schon gesagt Äh, ne, bei uns nicht Bei mir schon Bei mir schon Bei mir schon Ich glaub von ein, von zehn Messern hier Ich bin noch im Leben bei mir Bei mir auch Also das angefangen zu sagen Bei mir auch Boah, na dann, latency Guck mal wer da liegt Hi xo 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 Ich hab aufs der Karte zwei Deppen gesehen und dachte mir, ich geh die Tür xo Die Karte zwei Deppen gesehen? Ach, sich der Depp 45 töten Aber es ist kein Einzelne War das jetzt ein Windrad oder habe ich die Richtung A rennen gesehen? Das ist ein Windrad. Hä? Das Windrad? Ja, da gibt es so Rädchen auf den Hals. Ah, da ist ein Halsspot! Spookymon! Ah, der piekt, rennt zurück aufs Spot. Alter, weh, das wird ein Klatsch. Das ist ein Sinn. Oh mein Gott! Nein! Er fliegt einfach glatt. Ey, weißt du, ich sehe halt von oben die Bombe. Ja! Und weil ich halt dann minimal zu weit nach links gelegt habe. Eine Sekunde später, weil ich jetzt gerade... Das ist die erste Runde, wo man die Klinik und Team in Führung liegt. Cool. Eine auf dem Weg zu B. Oh, no. Was machen wir, Lord Xandron? Kind of gay. My bad. Hier wird nicht gecampt. Halsspot ist frei. Junge! Das kann nicht wahr sein, Alter. Literally, ja. Besser, besser gewinnen. Du hast ja gerade ernsthaft zwei Leute hintereinander gemeldet. Hopp! Ja, ich war noch nicht nur zum Betrieb. Äh, am Plätzen. Ja! Alter, warte. Richtiger Türke mit seinem Döner-Messer. Ich bin gut. Switching Sides. Alter, Xandrons Restaurant. Ich muss ein Messer einfach skillvoll wieder. Meine eigene Metzgerei hat er dann auch noch. Xandrons Super-Metzgerei. Hallo, Nick. Hallo. Hallo. Haben sich unsere Wege wieder einmal gekreuzt? Ich hab Hunger. Naja, nicht gekreuzt. Ich hatte keinen Hunger. Ja, sicher. Robin, wenn ich dich sehe und du mich siehst und du mich anschießt, dann heißt es nicht, dann siehst du dich. Dann siehst du dich. Nein, Xandron, ich wusste schon, dass du mich siehst. Aber, ganz ehrlich, ich gucke hier nach vorne. Ich sehe dich nicht zu mir rennen, du bist halt schon neben mir. Ja. Ja. Ich halt einfach outplayed. Dann gucke ich nach vorne, dann gucke ich nach hinten. Die Sache ist, mein Weg zur anderen Seite war, literally, zwei Meter. Dein Weg, ein 150 Meter Sprint, aber du warst halt schneller als ich, gell? Ja. Ja. Stirbgebüsch. Meine Beine tun weh vom Nix, du. Wtf? Wtf? I'm a car. Digga, es kann nicht wahr sagen, ja! Scheiß, Vector trifft besser als UMP, sicher! Wirklich? Ja, ja. Aber auf 10, auf... Nicht auf 50 Meter, Junge! Er war im Haus, er war im Haus, Xandron. Und, äh... Du hast gesehen, rechts. Xandron Spray rate literally halt auf 50 Meter mit Vector und fickt mich. Mehr Glück kannst du halt nicht haben. Der Reto ist einfach der richtige Abschützer. Ei, 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 ei! Ich hab dir nicht gesehen. Der Reto ist halt der richtige Abschützer. Er denkt sich... Oh, schade! Alter, da steht er direkt umgekommen. Wie war das drauf? Bei mir hast du einfach kurz deinen Schatten abgeschossen. Der Reto ist so ein richtiger Abschützer, genau wie Luke, Orak, Xandron. So, der Uten-Gegner kommt und er berechnet innerhalb weniger einer Millisekunde... Hm, das sind ungefähr 1,5 Sekunden, wenn ich laufen muss. Kann er mich in der Zeit töten, bin ich tot. Genau so hab ich's eigentlich auch gedacht. Warte mal. Ne, der kriegt mich jetzt nicht. Neifen. Der dürfte mich jetzt nicht so kriegen. Eine erste Reaktion wäre jetzt... Brrrr! Ganz hinten bei denen will Richtung links, Richtung A. Aber das haben die auch schon ein paar Mal das Leben gekostet. Siehst du? Ja, ich steh immer noch da. Das war nicht der. Weg wie der Motte, Alter. Und Donnie, kenn's den gesehen, oder? Eine Motte dem Licht hinterher. Was? What the fuck? Hä? Hä? Sei still! Was geht denn jetzt hier falsch? Was will ich ganz einfach sagen? Boah, da hat aber gleich ein Goblin durchgedrückt, Alter. Äh... Nein! Nein! Sicher! Kevin! 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 Und die Sache war, ich hab selber kackt, wollte schießen, hab dann eh gedrückt und musste mich hinlegen und erst mal wieder auf 4-8 bekommen. Und dann nach 4-8 vorbei. Ich möchte übrigens auch schnell erwähnen, wenn ich um den Team jetzt die Runde gewinne, war das mit 1. Sicher nicht gut. Gut, Luke, könnt ihr jetzt bitte mal gewinnen? Nee. Ich traue nicht. Ich weiß ja da auch nicht, mit Glück hier ist gar nicht so gut. Ist doch eine Drecks-Map, ganz einfach. Nein, mein Radar. Wie magst du es? Mann, er ist aus. Äh, Basebot. Mann, er ist doch low! Ja, gewinnt. Hat da alles geflogen, komm! Alles wie Jacke und Hose hier. Nein! Alles wie Jacke und Hose? Oh! Oh! Warte, ich hab mal die Beine gebraucht. Beide! Beide da! Beide da! Schon wieder! Wir sind einfach gegeneinander gelaufen! Weißt du, ich seh nur jemanden aus dem Busch und deck mir ein bisschen, oder? Ich seh einfach nur so. Weißt du, Luke, es ist halt noch hinter mich und trifft mich und ich bin tot. Ich dachte, ich seh seine Füße. Ja, erstmal live. Ich frag mich halt literally, wo du mich da getroffen hast, Kevin, weil ich war... Hä? Hä? Das ist ne Special Folge. Ja, ich weiß auch nicht, wie das noch... Wie hoch geht's? Wie hoch geht's? 25. Okay. Doppel die Länge. Du weißt schon, meine Mutter ist gerade reingekommen, um zu sagen, dass ich offen muss. Tja, eine für dich. Oh mein Gott. Aber Hamoud Adede, Hamoud, Hamoud Adede. Hamoud Habibi, Hamoud, aber okay. Das ist halt einfach immer das Timing. Der eine rennt vor mir, der andere kommt wieder hinter mir. Die ist die Ace, alter Pentakill. Komm jetzt hier nicht mit LOL begriffen. Blick ohne Mist, die laufen sich alle immer jeden gegenseitig hinterher. Die laufen nicht alleine, die laufen sich alle gegenseitig hinterher. Wenn der eine da langlaufen ist, dann rennt der andere hinterher nochmal. Ja, Doublecheck, weil... Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß, keine Ahnung. The easiest Ace of my life, don't add me. Und egal, du kannst warten, du wirst abgesnackt. Du kannst rennen, du wirst abgesnackt. Ja. Ganz campend, du wirst abgesnackt. Ja. Autsch, dass ich den Spray verkackt hab auch. Einer ist in unserem Spawn drin, er ist einmal durchgelaufen. B ist auf jeden Fall 4 auch gewesen. B ist auf jeden Fall auch Klee gewesen. B ist auf jeden Fall auch Klee gewesen. Beton liegt doch gewesen. Er ist einfach weg. Jooo. Was rennt denn, Jungs? Das war jetzt aber ganz schön knapp noch am Ende. Wie viel geht das denn? 25. 25. 24. Doppelte. Nice. Die rennen sich halt schon wieder gegenseitig in den Kopf rein. Ja, wir müssen A und B verteilen. Ja, lass mal das mittlere Haus zusammen verteilen. Du eine Hälfte. Hey, das Spielchen kann ich auch. Wenn ihr eine kleine Runde macht, dann möchte ich mich auch an. Das ist jetzt belastend. Mhm. Ich bin den gar nicht drauf. Ey, ich... Beides sind drin. Oben, zwei oben. Einer unten rein. Und der andere Mitte. WTF, WTF? Hey, ich muss... Das war eigentlich scheiße gespielt. Muss ich ehrlich sagen. Xenron, ich hasse dich als Maul. Okay, sorry. Ich meine, du musst eigentlich ein bisschen vorsprinten und dann schießen. Ja, ich weiß doch nicht. Ich kenn die Map wohl. Ich weiß nicht... Er belebt halt nen Spaßschuss, Alter. Ist klar. Das hat nichts mit Map zu tun. Ich meine, du hast gehört, dass... Richtig krass, der Boy. Ja, auf mich wurde geschossen, dann bin ich unten dran. Aber mehr weiß ich dann nicht. Es ist... Rennt Kevin eigentlich in Perma 360s? Er rennt halt nur Kreise. Er läuft... Er läuft nur Kreise. Xenron, ich versteh meine Logik auch jetzt nicht. Du hast gehört, dass es aufgegangen ist. Du müsstest ein bisschen nach vorne. Ja. Ich weiß, aber ich bin erst dann runter gesprungen und dann bin ich wieder zurück gegangen. Ich hab's gesehen, ich hab dir auch zugeschossen. Ja. Ich wollte ja nach vorne, aber war schon dort oben. Wenn ich umgegangen hätte, hab mir nen Headshot gedrückt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ah, diese Argumentation. Wunderschön. Ja. So vom Thema... Ich wüsste nicht, von was ich rede. Ach, Luke, du gehst mir auf den Sack, wirklich. Ja, einer rennt mir hinterher. Nein, du Arschloch. Schön, wenn du so ein Refrag hast. Geil. Luke ist wirklich neidend, du Arschloch. Wenn ich das nicht machen kann, dann schieß ich dich einfach. Es ist auch immer... Ich kann kaum irgendwie eins gegen eins Battle machen, weil ich immer von hinten verrecke. Manchmal richtig belasten, einfach nur. Ach, ich hab dich auch gern, Luke. UAV. Warum... Counter UAV? FDW? Alle unten... Nein! Sehr geil! Gebaitet. Sehr, sehr geil. Wie lange dauert es zu Refusion? Fünf Sekunden? Ja. Luke, hättest du nicht... Rät, hättest du nicht noch neun Sekunden machen? Nein. Schade. Ich hab nicht ganz gecheckt, woher die... Die scheiß... Dinger... Ey, Luke, weißt du... Weißt du, was ich gerade... Weißt du, was ich gerade noch gemerkt habe? Du kennst doch noch Joschi, oder? Ja. Er schuldet mich noch McDonalds. Ja. Ja. Ja, dann auf, auf, auf. Musst du mit ihm schreiben? Ich... 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 Meine Leiche war einfach gerade in der... In der... Au, 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 außen. Da hab ich ja dann geschossen. Und der eine ist wieder hinter mir. Der rennt mir zweimal im Kreis um das Dings rum. Ich krieg ne Krise. Warum immer hinter mir? Wie? Ja, ich schreib nicht mehr... Da, schon wieder. Hinter dir. Warum? Wie? Luke ist ja gar nicht mehr auf... Hinter dir! Du musst einfach... Lauf einfach nur noch rückwärts. Lauf einfach nur noch rückwärts. Beste Taktik. Rückwärts laufen. No. Also... Wenigstens sind's vergonnen rein. Da liegt noch schöne Claymore. Ja. Da ist ein gesehen. Ach so? Er ist ja nicht mehr auf Vidikus. Er ist den ganzen Tag in einem anderen Server. Darum erreiche ich ihn nicht. Und er ist immer privat dort. Bitte? Hm. Ich glaub ich bekomme mein versprochenes McDonalds nicht. Ich hätte den Preis der Opfer drauf machen müssen. Oh mein Gott, Cleven. Ja. Ich hatte den Preis nicht. Da ging's nicht weiter. Hey Robin, weißt du wer war? Ja. Er lag der Ende. Hinter dir. Ah, endlich! Ja. Das waren jetzt drei Kills von hinten in der Runde. Dann liegt wieder ne Leiche. Ich hab Hunger. Kann nicht drei gegen einen spielen. Nicht auf selben Map, Junge. Das... Das Rotze. Das komplette Rotze. Ja, ja. Ich versteh auch nicht, warum du hier reingemacht hast. Kevin. Weil... 50 Folgen-Special. Denkst du das schaffen wir, bevor sie zehn Punkte machen? Das ist ja weg. Entschuldigung. Alter, bitte war... Was frisst du alles, bis du irgendwas mal macht? Ey, okay. Redo. 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 Wenn du nicht dort hockst. Wo hockst du dann bitte schon hinter der Wand? Bist du ganz etwa nach rechts gelaufen? Ah, Kevin würde flippen. Redo. Ich hab dich durch die Wand abgeschossen. Wo bist du dann hin? Ja, sicher. Und du bindest dich in zu so einem Kopf da auch. Was war das? Hä? Er überlebt schon wieder ne Spaß. Äh... Er doppelt aber... Ne, das zweite Mal war nicht drauf. Hab ich keinen Hitmarker gekriegt. Ja, ich weiß. Hab doch am Ende noch so am Kopf gewesen. Das Auto brennt. Advent, Advent, das Auto brennt. Irgendwie so? Nein, er ist Baseboard. Warum? Ich guck überall hin. Das war übrigens... Bleib zehn Sekunden stehen. Ich gucke, ich renne los. Er kommt von hinten. Ja. Weil er genau dann um die Ecke kam, als ich losgerannt bin. Ja, Donny? Das war ein Hüftfeuer. Oh ja, okay. Das ist jetzt blöd, ne? Der klassische... Der klassische Robin. Aber dafür hab ich gut getroffen, oder nicht? Der kleine Reto läuft hin und her. Und jetzt hab ich... Schutz. Kein Schutz. Oh, er hat chillt. Oh nein. Soll ich die Bazooka rausholen? Die... Dann wirst du gekickt. Ist nicht erlaubt. Bestimmt, hab ich vergessen. Oh man, wieso ist die Bazooka nicht erlaubt? Die ist so lustig. Hey, look, der ist der Name. Hab's gesehen. Oi. Oi. Einer, hab ich gesehen, ist in Richtung... Hüttehaus. Na, der ist auch! Wenigstens nicht hinter dir. Oh, Mitte. Waggon, Teil. Oder halt... Bus, keine Ahnung was. Äh? Genau unter dir. Eigentlich. Bring my knife. Oh, scheiße. Hahaha. Das war übrigens meine Maus. Ich weiß nicht. Wie soll man ihn noch haben? Hä? Hallo? Ich weiß. Kann ich mal hier so machen? Nein. Ich hab ihn gesehen, aber er war hinter der Box, die Deppen. Du hast ne Granate, Bro. Ich denk mir an das. Guten Tag. Hallo. Du kannst auch keine Unity. Switching Sides. Seitenwechsel. Mh. Hat man mal ne Maus schon gehört? Mh. 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 Das passiert, wenn man geflasht wird. Mh. 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 Kann sein, muss nicht. Mh. Glaub ich dir. Mh. Da hat jemand versucht. Mh. 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 Hast du nen Messerwurf gemacht? Mh. Mh. Äh, okay. Mh. 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 hinter dir ja kevin wie kann es sein dass du so schnell ziehen kannst du bist am rennen P90 Feuer P90 Feuer und dann oben hihihi hab ich mich gut versteckt Nö man hätte sein Köpflein gesehen ja das Auto hat Fenster aber wieso ja ich habe es leider nicht gesehen ich wollte eigentlich erst besser reinrennen na verdammt sorry mit der Predator Drohne erstmal hinbiegen excuse me hey look da ist die Bombe by the way was ist wo er da hinten ist die Bombe bei B ah kevin wollte mich mit der Predator da hat er mal gesendet ist der Pitta hier 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 ist der Pitta hier ist der Pitta hier 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 Ey, ey, willst du doch nicht in die Halle rein? Was? Kevin? Ich war in der Halle. Oh mein Gott. Ey, 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 Luke. Weißt du wie confused ich gerade war? Ja, hier liegt die Bombe. Und ich so unten, links so. Was hat wirklich wie die Bombe ausgesehen? Ja, und ich denk mir so. Ich denk mir so, wenn ich die Plänte, die sind solche Baits. Dann hab ich sie mehr. You got you Baited. Now give me all your money. Blöd. Weiner. Du kannst auch nur, du kannst auch... Ja, Luke, du hast keine Arbeit. Du hast keine Arbeit, verdienst aber mehr als ich. Au. Ich frag mich auch, das Au. Was, Au? Au. Einer kommt über die Mitte. Wie du mehr verdienst als ich, oder was? Nein. Literally, Au. Nic. Ich hab ein Zero Einkommen. Nein, du hast doch Arbeit rufen können. Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Wissenfalle Blenden oder Töten. Du hast doch die ALV gemacht, oder nicht? Wo wollen wir hin? Na, die, da. In der Schweiz. Der liegt vor B. Da, wo Kevin letztes Mal gesaß. Ja, was hast denn du da für ne Waffe? Äh, glaub ich nicht, Alter. Ich hab eine Dreischusspistole von meiner Vector. Die hat wirklich jeder in der Schweiz. Wie was? Ja, deswegen, aber meine Frage ist, Luke kommt aber... Äh, er verdient mehr immer noch als ich selbst mit der Arbeitslosenversicherung. Okay, stimmt, Glück hat Abzüge, ich nicht. Hä? Hä? Hat Glück Abzüge? Ich weiß es nicht. Ja, aber noch nicht so viel. Bin noch nicht 24. Sind aber trotzdem, äh, gefühlt sieben oder acht Prozent. Hinter dir. Nein! Ich hab fünf Teuer. Oben. Gibt es das? Leute. Okay. Ich hab Hüftfeuer. Ja, es war, war wieder hinter dir. Wer? Wer war der Typ beim Zug? Ja, aber wie können wir alle hinter mir sein? Hä? Ich frag mich, wieso ist Reto dort neifen? Was, was wirst du jetzt von mir? Was, warum? Ich hab Nights erklärt, wen ihr neifen wolltet. Dass das du warst. Wieso steht dir alles in der Reihe? Reto konnte ich neifen ohne Probleme. Dann geh ich zu Robin. Das war eigentlich. Naja. Immerhin kann ich gleich Abendessen. Was? Hä? Was? Robin? Hä? Nein! Hä? Ich hab dich schon wieder. Robin? Was? Was geht's? Ich bin auf einmal vor mir gelaufen. Vor dir links, vor dir links. Hä? Hä? Ich, ich. Sorry, dass ich nicht aimen kann, wenn ich laufe. Ich meine nicht das. Ich meine... Ja. Ja, äh. Was? Was kommt denn, Junge? Ich seh dich doch. Ich neif. Ich neif. Nein, du neifst Glück. Aber ja. Wie du neifst mich? Hä? Komplett Panik hier. Ich schau sie ihn an. Und denk mir so, ja. Oder du hast ihn geneift. Hab ich angefangen auf dich zu schießen unter anderem. Ja, bei mir bist du einfach gelaufen. Nein. Das ist ja nicht gewesen. Nein. Ja, jetzt in die Halle rein. Ja. Ja. Es ist wieder Xenon, der alles mit weg wird. Nicht schon dringend. Machen, was du willst. Alle. Einer noch Halle. Ja. Dann figg dich mit der Vector. Drei, zwei, eins, oh. Hinter dir. Verrät der dir. Das ist nicht Kevin. Der kommt vor dir. Egal welchen Ausgang das ich nehme, das steht einfach einer. was ist die waffe direkt ins da drauf und ich kann los schießen also richtige russenhocke in der luftflug respekt richtig gelenkig ich sag's dir mein kumpel war nett auf mich weil er mir gezeigt hat wie die russenhocke funktionieren dann habe ich das gemacht und der war neidisch auf mich weil er sie nicht kann die hat er sie dir dann gezeigt wenn er sie nicht kann er hat mir erklärt eine halle eine vorderhalle mit russ lück one shot ist a gewesen hinten ist jetzt auch hinter zurückgegangen jetzt ist er im spawn weiß ich schon so ein schott weg weil ich immer von hinten weg genutzt werde oder wat oben drinnen in der halle oh arschlo okay dankeschön 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 hehehe 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 klasse hehehe hehehe er denkt sich ja ich los dir jetzt mal hm wahneln warum hast du ja immer deine pistil im außenblick weil die andere fast leer war dann darf man değil der hätte ich nachgeladen hätte ich nicht mehr schließen können so hätte ich ihn wenigstens getroffen da hab ich ihn wenigstens getroffen dann ist ja bei mir nächstes mal weiter tschüss situación st pans